Herzlich willkommen bei deinem Bachelorstudium im Sportbusiness. In diesem Video wollen wir dir alles Wichtige zur Finanzierung deines Studiums erzählen. Freu dich auf ein Studium im Stadion, unter anderem in Wolfsburg, in Düsseldorf oder in Fürth. Du studierst in den VIP-Logen und bist direkt mittendrin im Sportmanagement. Grundsätzlich gilt natürlich, jedes Studium kostet auch Geld, ob bei uns oder auch an einer staatlichen Hochschule, wenn du beispielsweise nicht zu Hause wohnen kannst. So zahlst du an andere Hochschulen zum Beispiel einen Semesterbeitrag, deine Studienmaterialien, Miete und noch mehr. Am Sportbusiness Campus zahlst du eine Summe und hast alles inklusive. Für den einen Beitrag bekommst du ein dreifaches Netzwerk an all unseren Campus und auch bei uns in München. An allen Standorten kannst du dir ein eigenes Netzwerk und Kontakte in Sportbusiness aufbauen. Du bekommst einen exklusiven Zugang zu Bundesligisten und das bereits im Studium. Und das ist alles für dich inklusive. Top ausgebildete Dozierende aus der Praxis. Du kannst Hybrid studieren. Wir coachen dich wissenschaftlich und in deiner Karriere. Freu dich auf kleine Gruppen, Catering an Präsenztagen und ein Netzwerk ins Sportbusiness. Die Präsenztermine stehen ein Jahr im Voraus fest. So kannst du nebenher Vollzeit arbeiten oder einer Werkstudententätigkeit nachgehen oder aber auch viele Praktika machen. Die kurzen Live-Online-Sessions von 30 bis 40 Minuten, circa zweimal im Monat, planen wir zur Lieblingszeit der Studiengruppe. Und falls du einmal doch nicht kannst, dann zeichnen wir die Session einfach auf. Bei der Suche nach dem richtigen Studium stellt sich auch immer die Frage, wie finanziere ich das eigentlich? Bei uns finanzieren sich fast alle Studierenden ab dem vierten Semester durch Sportjobs selbst. Durch diese Erfahrung haben über 90% der Studierenden beim Studienabschluss schon einen Job in der Tasche. Es gibt verschiedene Wege, um dir das Studium im Stadion zu finanzieren. Entweder durch eigene Quellen. Es gibt aber auch unterschiedliche externe Hilfen, die dir das Studium ermöglichen. Oder aber deine Eltern. Alle drei Wege erklären wir dir jetzt. Das Studium ist berufsbegleitend möglich. Du kannst also problemlos nebenbei arbeiten und dir das Studium finanzieren. Ganz oft unterstützen dich aber auch Arbeitgeber bei der Finanzierung, da sie danach eine top ausgebildete Fachkraft einsetzen können. Zu den externen Hilfen gehört auch das klassische BAföG, welches du dir beantragen kannst. Oder aber auch der KfW-Kredit. Am besten informierst du dich über diese Möglichkeiten. Eine weitere Alternative, das sind kleinere Raten bei der monatlichen Studiengebühr. Sprich uns einfach darauf an. Der vierte Weg ist der Early-Bird-Rabatt. Umso früher du dich bewirbst, desto mehr Geld sparst du. Für das Studium im Stadion musst du nicht umziehen. Fast alle Studierenden pendeln zu den Präsenzveranstaltungen und schlafen im Hotel vor Ort. Du kannst also zu Hause bei deinen Eltern wohnen und auch nebenbei arbeiten. Wenn du dich für mindestens eine dieser vielen Möglichkeiten entscheidest, dann kannst du dir das Studium nebenbei finanzieren. Die monatliche Studiengebühr beträgt 816 Euro, inklusive allem, was wir dir vorgestellt haben. Das Studium im Stadion ist eine Investition in deine Karriere. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Alle weiteren Infos findest du auf unserer Homepage sportbusinesscampus.de Und jetzt bis hoffentlich bald. Die jedem SchildkTooth Alles gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.